Ungefähr 100 Polizisten gehören zum Unterstützerkreis der letzten Generation. Ihr habt richtig gehört, die sogenannten Klimakleber haben beamtliche Unterstützung. Und damit moin zusammen, wir analysieren diese Situation, wie das Ganze rausgekommen ist, schauen wir uns mal an und was das auch für Folgen für uns als Bürger haben wird, wenn jetzt sogar die Behörden mit diesen irgendwie sympathisieren. Moin zusammen, mein Name ist Olli, dementsprechend, wenn du neu bist, ein Abo da lassen für kritischen Content. Und das Ganze ist hier bei der Welt in einem interessanten Artikel veröffentlicht worden, wie die letzte Generation sich mit der Polizei vernetzt, heißt es hier in diesem Plusartikel. Und ich hatte bereits vor einigen Wochen schon mal darüber berichtet, dass es da hieß, ja man weiß so von fünf, sechs oder gar vielleicht acht Polizisten in Deutschland, dass sie irgendwas mit der letzten Generation zu tun haben. Aber offensichtlich ist dieses Netzwerk unter den Polizisten sogar noch viel weiter verstrickt, als wir befürchtet haben. Und das empfinde ich persönlich als wirklich ganz, ganz großen Skandal, denn das sind Menschen, die verstoßen gegen Recht und Ordnung in Deutschland. Und das kann doch nicht sein, dass sie jetzt sogar behördliche Unterstützung, sprich von verschiedenen Polizisten haben. Das finde ich wirklich unfassbar. Es soll zwar nicht so sein, dass sie es in ihrer Funktion als Polizist, als Beamter und sonst was haben, sondern eben in ihrer Freizeitaktivität oder ähnliches. Okay, wir gucken uns das Ganze mal an. Es steht ja grundsätzlich erstmal die Frage hier, ist die letzte Generation eine kriminelle Vereinigung? Und diesen Vorwurf erheben die Staatsanwaltschaften Neuruppin und München. Sie haben entsprechende Ermittlungen aufgenommen, heißt es. So, und dazu muss man erstmal gucken, was ist denn ganz genau die Definition einer kriminellen Vereinigung? Und das sehen wir hier zum Beispiel bei drbuchert.de auf der Seite. Kriminelle Vereinigung. Wer eine Vereinigung gründet, letzte Generation, deren Zweck oder deren Tätigkeit darauf gerichtet sind, Strafzaten zu begehen. Für mein juristisches Verständnis ist das der Fall, denn sie kleben sich auf die Straße, blockieren, begehen Nötigung, begehen andere Straftaten von Verhinderungen und sonst was. Oder wer sich an einer solchen Vereinigung als Mitglied beteiligt, tun auch viele, für sie um Mitglieder oder Unterstützer wirbt oder sie unterstützt, wird gemäß Paragraph sowieso mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft und so weiter und so fort heißt es hier. Ja, passiert relativ selten in Deutschland. Eine Vereinigung im Sinne dieser Vorschrift ist der auf Dauer angelegte organisatorische Zusammenschluss von mindestens drei Personen. Und ich denke, gerade dieser Punkt ist ebenfalls auch ganz klar erfüllt. Jetzt heißt es, laut eigenen Aussagen von diesen sogenannten Aktivisten, heißt es hier, arbeiten sie mit 100 Polizisten direkt zusammen, die mit der Bewegung sympathisieren. Eine von ihnen ist die Frau Chiara M. Punkt und sie macht daraus kein Geheimnis, zählt sich sogar ganz aktiv dazu, heißt es hier. Die Polizei Hauptkommissarin der Bundespolizei aus Mecklenburg-Vorpommern kommt die Dame und im Gespräch mit der Welt am Sonntag heißt es, mit 80 bis 100 weiteren Polizisten stehen wir in Kontakt. Und die Dame hier hat quasi, ja, die Aufgabe der Polizeivernetzung, Zitat, das Netzwerk erstreckt sich über mehrere Bundesländer und Behörden und vergrößert sich ständig. Also kann man ja schon davon ausgehen, vielleicht sind sie jetzt, wo ich das Video aufnehme, gerade aktuell nicht mehr 80 bis 100, sondern vielleicht schon 120, 130 Polizisten, die da irgendwie mit drin hängen. Und dann heißt es hier auch noch weiterhin, die Polizistin betont, dass sie ihrer Behörde mitgeteilt habe, dass sie ehrenamtlich für die Aktivisten arbeite. Sie kümmere sich um die Vernetzung und erkläre innerhalb der letzten Generation die Polizeiarbeit. Zitat, der Austausch findet in beide Richtungen statt. Also hier soll es wirklich so sein, dass man auf der einen Seite die letzte Generation, also die, ich sag mal, die Standardmitglieder da hat, und die bekommen dann von solchen Polizisten erklärt, ja, dann gehen wir so vor, dann haben wir das vor und jenes. Und auf der anderen Seite sitzen dann die Aktivisten, also stelle ich mir das vor, und erzählen dann den Polizisten, ja, weil das Klima und deswegen und jenes, und das ist unsere Vorgehensweise, dann kleben wir uns da so fest. Oder wie soll man sich das ja vorstellen? Sag mal, wo sind wir denn hier mittlerweile gelandet? Das ist absolut unfassbar, was hier passiert. Der Vorwurf, dass es sich um eine kriminelle Vereinigung handele, sei haarsträubend, sagt die Dame. Wir haben die Definition ja gerade eben gehört. Ihr könnt eure Bewertung, ob das eine kriminelle Vereinigung ist oder auch nicht, gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich bin kein Jurist, aber für meinen logischen Menschenverstand und mein juristisches Verständnis, empfinde ich das definitiv so. Allerdings würde sie auch eine derartige Einstufung nicht daran hindern, sich dort weiter zu engagieren. Auch interessant. Einen Widerspruch zu ihrem Beruf sieht sie nicht. Was will man dazu noch sagen, Leute? Das ist richtig krass. Sprecherin des Innenministeriums in Meckpom erklärte, dass die Mitgliedschaft und das Engagement in politischen Vereinigungen wie der letzten Generation Beamten grundsätzlich nicht untersagt sei. Da gehen wir gleich noch drauf ein. Zitat, soweit es sich um eine Nebentätigkeit handeln sollte, wäre diese anzeigepflichtig. Sprich, wenn man da jetzt irgendwie Nebenjob hat oder ähnliches Fotograf beispielsweise machen würde, würde man mit Geld verdienen, dann wäre es anzeigepflichtig. Okay, aber wie ist das denn, wenn wir uns zum Beispiel diesen Artikel hier angucken? Im Tagesspiegel hieß es 2020. Beamte unter Extremismusverdacht. Polizist und AfD-Mitglied geht das zusammen. Wisst ihr, Leute? Stellt euch mal vor, da sind jetzt Polizisten oder ein Polizist und der sagt, ja, ich setze mich für rechts ein. Denn ich bin da überzeugt, dass diese und jene Partei und diese Einstellungen, die da gemacht werden, das finde ich ganz sinnvoll, das finde ich gut. Was meint ihr, wie schnell der im Archiv sitzt, versucht wird rausgeholt zu werden aus dem Beamtenverhältnis etc. pp. Wir haben das ja auch in den letzten Jahren mitbekommen. Dann brauchen wir sich ja nur mal ein bisschen einfach umgucken und informieren über solche Vorfälle. Gab es immer wieder. Jetzt geht es hier um die Unterstützung von links. Nennen wir es mal so. Und offensichtlich gibt es da keinerlei Probleme. Da wird jetzt kein Problem gesehen oder ähnliches. Allerdings, wer ein Problem sieht, ist der Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Jochen Koppelke. Der sagt nämlich, Polizeibeschäftigte, die eine europaweite agierende Gruppierung unterstützen, die massiv und wiederholt kritische Infrastruktur sabotiert. Wir konzentrieren uns ja bei diesen Kandidaten sehr, sehr häufig auf den Verkehr. Sprich, ganz im Fokus steht natürlich der Straßenverkehr, Auto und so weiter. Aber auch Flugverkehr ist ja auch nochmal eine Nummer krasser. Und überlegt doch mal an, wie heißt es nochmal, irgendwo in Brandenburg, wo sie das Ding lahmgelegt haben. War halt auch eine heftige Nummer. Wird immer wieder ein bisschen außen vor gelassen und vergessen. Oder auch historische Kunstwerke beschädigt, Menschen provoziert, einschüchtert und in Geiselhaft nimmt. Müssen sich ihrer Verantwortung dienstrechtlicher Konsequenzen bewusst sein, sagt er hier ganz klar gerichtet an diese Polizisten. Und das empfinde ich als steuerzahlender Bürger wirklich so. Das ist doch unfassbar, diese Sympathisierung, die hier stattfindet, oder? Sehe ich das falsch? Schreibt es mal gerne unten rein, was ihr davon haltet, in welche Richtung das Ganze noch gehen soll. Leute, 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 das ist wieder mal unfassbar, wie hier vorgegangen wird. Man muss es jedoch klipp und klar sagen. Hier ist die Politik gefordert, endlich Grenzen aufzuziehen. Und ganz klar, ganz klar in jegliche Richtung, offensichtlich auch bei der Exekutive, sprich der ausübenden Gewalt, den Polizisten, dass das so nicht sein kann. Was passiert denn hier gerade? Das ist ja wirklich unfassbar. Oder sehe ich das falsch? Schreibt mal gerne jetzt eure Meinung unten rein, lasst ein Abo da und bis zum nächsten. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.